Ludwig Goldbrunner, auch Lutt genannt, war ein deutscher Fußballspieler, der von 1933 bis 1940 für die A-Nationalmannschaft 39 Länderspiele bestritten hatte. Karriere Schon als Neunjähriger schloss sich Goldbrunner dem FC Bayern München an und war zehn Jahre in der Nachwuchsmannschaft aktiv. Bevor er 1927 in die erste Mannschaft aufrückte und sich in der Folgezeit zu einem Münchner Fußballidol entwickelte. Bereits in seiner Premieren-Saison im Seniorenbereich gewann er U.A. mit Ludwig Hofmann, Emil Kutterer und Josef Pöttinger die Süddeutsche Meisterschaft vor Eintracht Frankfurt und der Spielvereinigung Fürth, nachdem man zuvor südbayerischer Meister in der Bezirksklasse Bayern geworden war. Als Teilnehmer an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft 1928 war er mit der Mannschaft zunächst gegen Wacker Halle und die SPVG Gesels 07 im Achtel- bzw. Viertelfinale mit 3 zu 0 bzw. 5 zu 2 erfolgreich, doch im Halbfinale beendete der Hamburger SV mit Albert Bayer, Otto Harder, Hans Lang und Walter Risse mit einem deutlichen 8 zu 2 Erfolg, obwohl es zur Halbzeit noch 1 zu 1 gestanden hatte. Die Titel Träume der Mannschaft von Trainer Konrad Weistz. In der Saison 1931, 32. Jetzt übte Richard Dombi das Traineramt bei den Bayern aus und als Leistungsträger neben Goldbrunner waren Siegmund Herringer. Konrad Heidkamp und Oskar Rohr im Einsatz gelang der erste Gewinn der Deutschen Meisterschaft des FC Bayern München. Nach einem Halbfinalerfolg mit 2 zu 0 Toren gegen den 1. FC Nürnberg setzten sich die Münchner auch im Finale am 12. Juni 1932 mit demselben Resultat gegen den süddeutschen Meister Eintracht Frankfurt durch. Eine Wiederholung dieses Erfolges gelang dem herausragenden Abwehrdirigenten mit ausgezeichnetem Kopfballspiel. Goldbrunner war für das WM-System, wie geschaffen, in seiner langjährigen Aktivität beim FC Bayern München nicht mehr. Mit der GAU-Auswahl von Bayern wurde er dagegen 1933 und 1940 Reichsbund Pokalsieger. Das Endspiel 1939, in dem er ebenfalls mitwirkte, wurde allerdings mit 1 zu 2 Toren gegen die GAU-Auswahl Schlesien verloren. Von 1933 bis 1943 bestritt Goldbrunner 16 Spiele in den GAU-Wettbewerben für Bayern. Von 1937 bis 1941 war er Mannschaftskapitän und von 1938 bis 1943 übte er beim FC Bayern München das Amt des Spielertrainers aus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war er von 1945 bis 1949 in der gleichen Funktion beim TSV 1860 München tätig und bestritt in der Oberliga Süd. In der Saison 1945-46 für die Löwen-Sieben-Punkt-Spiele. Ab 1949-50 trainierte er den ASV Dachau, kehrte später wieder zum FC Bayern München zurück und war dort im Spielausschuss tätig. Der großgewachsene, athletische und kampfstarke Stopper debütierte am 19. November 1933 in Zürich in der A-Nationalmannschaft. Die mit 2 zu 0 gegen die Auswahl der Schweiz gewann und trat die Nachfolge des Fürtherrs Ludwig Leinberger an. Als weiterer Debutant überzeugte auf Rechtsaußen der Augsburger Ernst Lehner. Goldbrunner kam am 14. Januar 1934 beim 3 zu 1 Sieg gegen die Auswahl Ungarn zum Einsatz und nahm auch am WM-Lehrgang vom 7. bis 19. Mai 1934 teil. Aber für das Aufgebot für die Weltmeisterschaft 1934 in Italien wurde er nicht nominiert. Den dritten Einsatz in der Nationalmannschaft hatte Goldbrunner erst am 27. Januar 1935 in Stuttgart wiederum gegen die Auswahl der Schweiz. Als er beim 4 zu 0 Erfolg als Mittelläufer den Aachener Reinhold Münzenberg vertreten konnte. Die erste Turnierteilnahme mit der DFB-Mannschaft wurde für den Münchner das Olympische Fußballturnier 1936 in Berlin. Die unmittelbare Vorbereitung stellten zwei Testspiele gegen den FC Nwerten im Mai 1936 und ein dreiwöchiger Trainingslehrgang im Juli unter der Leitung von Reichstrainer Otto Nertz da. Das erste Spiel bei den Spielen gewann die deutsche Mannschaft am 4. August mit 9 zu 0 Toren gegen die überforderte Auswahlmannschaft Luxemburgs. Drei Tage später schied er mit der Mannschaft mit einer sensationellen 0 zu 2 Niederlage in der Zwischenrunde gegen die Auswahl Norwegens Goldbrunner. Bestritt sein 15. Länderspiel aus dem Turnier aus. Nach der olympischen Enttäuschung rehabilitierte sich die Nationalelf mit einem 2 zu 2 Unentschieden am 15. November 1936 vor 100.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion gegen Weltmeister und Olympiasieger Italien. Goldbrunner hatte es dabei mit Silvio Piola zu tun, einem der besten Mittelstürmer dieser Ära. In seinem 22. Länderspiel am 25. April 1937 in Hannover gegen die Auswahl Belgiens bildete er das erste Mal mit den zwei Schweinfurter Außenläufern Albin Kitzinger und Andreas Kupfer die Läufereihe der Nationalmannschaft. Mit dem 8 zu 0 Erfolg am 16. Mai 1937 in Breslau gegen die seit einem Jahr unbesiegte Auswahl Dänemarks wurde der Mythos der Breslau-Elf begründet. In der Chronik des deutschen Fußballs wird dazu folgendes notiert. Die Sieger von Breslau spielten in folgender Aufstellung. Hans-Jakob, Paul Jens, Reinhold Münzenberg, Andreas Kupfer, Ludwig Goldbrunner, Albin Kitzinger, Ernst Lehner, Rudolf Gellesch, Otto Siffling, Fritz-Zepan, Adolf-Orban. Einen Monat später, am 20. Juni 1937 wurde Goldbrunner in die Auswahl von Westeuropa berufen. Otto Nertz betreute in Amsterdam die Auswahl beim Spiel gegen Zentraleuropa. Er brachte dabei mit Jakob Goldbrunner, Kitzinger und Lena vier Spieler der Breslau-Elf in der Kontinentauswahl zum Einsatz. Am 21. November 1937 gewann Deutschland das WM-Qualifikationsspiel gegen die Auswahl Schwedens in Hamburg mit 5 zu 0 Toren und Helmut Schülm ergänzte dabei mit zwei Toren die Breslau-Elf. Da durch den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Österreich am 12. März 1938 der Anschluss Österreichs Erfolg war, fand das inoffizielle Länderspiel am 3. April 1938 in Wien unter denkbar schlechten Voraussetzungen statt. Die Auswahlmannschaft der Ostmark gewann die Begegnung mit 2 zu 0 Toren und Reichstrainer Sepp Herberger stand vor dem Dilemma. Auf die Schnelle aus zwei völlig verschiedenen Spielsystemen eine Mannschaft für die im Juni stattfindende Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich zu formieren. Im Wiederholungsspiel am 9. Juni gegen die Auswahl der Schweiz, es war das 32. Länderspiel des Münchners, vertrat Goldbrunner als Mittelläufer. Die deutschen Farben und lieferte sich rasante Zweikämpfe mit Alfred Bickel, dem jungen Sturmführer der Eidgenossen. Die Elf von Karl Rappan gewann das Spiel mit 4 zu 2 Toren und damit schied Goldbrunner auch in seinem zweiten Turnier frühzeitig aus. Mit der Begegnung am 20. Oktober 1940 in München gegen die Auswahl Bulgariens verabschiedete sich der Kapitän mit einem 7 zu 3 Erfolg und seinem 39. Länderspiel aus der Nationalmannschaft. Ihm folgte Hans Rode vom Eimsbütteler TV auf der Mittelläuferposition. Sonstiges Nach seiner aktiven Fußballerkarriere war er als Aufsichtsbeamter, dann als Kühlhausmeister des Münchner Schlacht- und Wierhofs beschäftigt. Einzelnachweis Nach seiner aktiven Fußballer